Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann können wir hier diese Klappe öffnen, können uns das Ohr rausgeben lassen, dann können wir Blutabnahme machen zum Beispiel Wir können ihn hier in die Seitposition stellen, dann wäre hier sozusagen der Arsch Dann können wir hier eine Spritze reinjagen, um ihn zu impfen zum Beispiel Wir können uns die Füße rausgeben lassen Direkten lustigen Werkzeugen an Fußpflege zu machen und die Nägel zu kürzen Ist genauso wie die Pediküre bei Ihnen zu Hause Bloß ein bisschen massiver Das Tier empfindet es angenehmer, auch trotz des Geräusches Weil die Flex ist natürlich laut Aber dadurch, dass es eben so hart ist Ich finde die Flex tatsächlich angenehmer Musik Da bin ich auch immer so ein bisschen Im Clinch mit unserer Wissenschaft Diesen ganzen Blödsinn und diesen Spükes von Unterarten Und wir dürfen keine Unterarten vermischen und blablabla Und so Um Gottes Willen, wir haben noch 40.000 wild lebende asiatische Elefanten Und so in 50 Jahren, garantiert Ihnen, haben wir keinen einzigen mehr Und wenn wir jetzt noch anfangen, auf so ein Blödsinn zu achten Und so Mischt nicht den Thai mit den Burma-Elefanten Das ist Bullshit Weil den Burmesischen Bullen ist es scheißegal Ob die thailändische Kuh heiß ist Der geht hin und macht halt ein Leben Was ist denn jetzt an den Beinen und was passiert? Und jetzt ganz weich Auf einmal wird das Tier viel größer Und der Hals wird eventuell auch irgendwann länger Hals kann man auch von unten Beine fühlen sich ganz anders als Hals Man kann ruhig mal so ein bisschen Beine streicheln Ganz weich Auch ein bisschen feste streicheln Die mögen das Das hat sie gern Wir mögen das gerne, ja Wenn die Schildkunde so hochkommt Und der Hals so lang rauskommt Und sie stillstehen, dann ist alles gut Vor allem die Elefanten hier Das hat man sonst nie erlebt Aber alles andere war genauso interessant War sehr schön Also die Elefanten in erster Linie Die Schildkröten Die medizinische Betreuung und so weiter Die Fütterung und so war ganz fantastisch Die Führungen und die Vorträge Die waren also einmalig Das war jetzt besonders interessant Weil man sieht sonst alles immer noch von außen Der Höhepunkt war einfach hinter die Kulissen zu gucken Weil im Elefantenhaus sind wir sonst immer oben gestanden Auf dieser Emporte und haben nach unten geguckt Und diesmal haben wir von unten nach oben geguckt Und waren mal da wo die Elefanten leben In dem Bereich und haben alles gesehen Das war schon interessant Oder auch mal den Schildkröten hier zuhause zu sehen Das war auch mal Sie mal zu streichen oder wie Das war auch interessant Zumal ich als kleines Mädchen immer gesagt habe Ich heirate mal einen Zoo direkt Weil ich einen kleinen Affen wollte Habe auch den Pfeil gekriegt Ich habe einen Affenhafte gekriegt, aber kein Pfeil V V! Brüder V! Komm V! Bleib bei mir V! Komm V! Mach mal was Pfauiges!